Hallo und herzlich willkommen im Rocket Lead Stream. Ich machs sogar jetzt. Ich muss bisschen umher fahren, damit die Chance was hat. Okay, das sollte jetzt passen. Hä, ich war doch dran! Jetzt ist wieder alles da. Das Sound ist auch gut. Ja, 1-0 was soll ich machen? Das Geile ist, ich hab auch streamen auf dem... Ah doch, auch OBS anzupacken. Willkommen streamen, Leute. Willkommen im Chat. Ich hoffe, jeder hat einen guten Tag heute. Und... Aaaaaaah. Auf dem. Ihr trifft das leere Tor nicht, ey. Und dann schreibt er, gibt's nicht. Deine Leistung gibt's nicht. Wirklich. Wir müssen was einstellen. Sonst hätten wir nichts kassiert. Ja, super. Tut mir leid. Ja, Digga. Er killt von Maya den Teammate. Und wir haben kassiert. Doch nicht. Und wir haben kassiert. Doch nicht. Oh ja, Martin. Nice. Der Silvia hat sich schon mit Flashdown, ey. Natur hoch. Und? jetzt heelroos. Genau hierはなく... Hazard. Avaarm. Was? Ja, in welchem уровod. Wie viel? W kunnen we? Hei. In welcher Kaffee? Sie haben die Handesgraph out Mmm¿. Oh ja, sie haben einen gröbeln. Aber jetzt geht er rein. Nein. Mach ihn doch. Alter, was ein gewaltiger Schuss. Sogar den, der wird pariert. Ein letzter Splatoon-Stream. Hat ein Streamer, mein Stream geradet. Das war so cool. Ich bin so dankbar für ihn. Komm, das ist nochmal passiert. Das ist echt cool. Ich dachte mir so, was passiert hier? Zehn Zuschauer auf einmal. Das war schon cool. Nein! Digga, lass den Ball doch fliegen. Guck mal, meine besten Team-Mates sind die, die den Ball nicht rumlassen. Alter, so schießt du den Ball vor, oder was? Ja, okay, Digga. Das war nicht so gut. Leider. Komm schon, Mach ihn! Komm, du dribbelst die alle aus! Rückwärts! Schnell! Jetzt vorwärts! Und, der schießt. Alter! Ein bisschen genauer schießen, dann wäre er reingegangen. Was wieder mit dem Song passiert. Das war nicht gut vom Gegner. Jetzt mach ihn! Komm! Ehrenmann! Am Anfang ist das Spiel echt wirklich immer laut. Ah, shit. Ja, was ist denn da passiert? Perfekt, mach ihn! Ehrenmann! Aber meine Vorlage war auch zu krass. Oh krass! Oh mein Gott! Das war Kindheit. Ich schau diesen Film immer noch an. Das ist so gut, dieser Film. Vor allem die Thuner-Szene. Boah! Da kommt der Beat rein, die Neon-Thuner-Autos und der eine Maske da. Richtig cool! So geht ungefähr dem Lied. Aber richtig geiles Lied. Und dann noch die Engine-Sounds. Oh! War das geil! Wie schön! Schade, Marmelade! Lust! Ja, ich habe ihn genommen. Eh, 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 eh! Oh! Ja, der wusste. Wenn er den nicht macht, dann ist es passieren dem Tor. Komm, mach ihn rein! Komm schon! Achso, der Ball ging nicht mal aus dem Tor. Perfekt! Perfekt! Ja, für den Gegner perfekt. Perfekt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt haben wir kassiert, dachte ich. Aber wir haben ja keine Bots. Auf dem Tor. dem Tor. Alter! Aber wir haben einen Bot im Sturm. Alles cool. Ich habe keinen davon und keinen mehr. Mach ihn! Nein! Jawoll! Es war so ungeplant, den rauszuschießen, aber auch ungeplant zählt so Skills dazu. Ne? Jo, nicht schlechter Schuss, aber meiner wäre reingegangen. Hat man auch im Winkel gesehen. 4-1, let's go! Nein! Das war ein Fake, damit der andere schießt. Shit, ich hab den fast berührt. Alter, was sind das für Lecks? Leck das Spiel? Leck der Stream? Ich weiß nicht. Sehen wir nach. Oh mein Gott, geiler Schuss. Wie im echten Boost Ball. Einfach standard. Standard. 5-1, wir dominieren gerade. Jetzt kommt 6. 3 Pizza Dudes. Bamm. Oh mein Gott. Ich hätte fast Eigentor gemacht, ne? Ja, guck. Wenn du schießt, passiert das. Oh mein Gott. Ich hätte fast Eigentor gemacht, ne? So geht's offen. Das wär voll gut gewesen. Ab. Komm, schieß! Einen Bruder. Einen Bruder. Immer in Bewegung bleiben. Ja, ich hätte ihn reingeballert. Ich hätte ihn gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Wir können kein Tor mehr kassieren. Wir können kein Tor mehr kassieren. Nein. Wie passiert das hier? Doch nicht. Aber wir schießen ein Tor, oder? Nein. Mach ihn. Ja, mein Gott. So ein Ehren, Bruder. Nein. 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 Wie geil. Okay, das wird die letzte Runde für heute. Auf geht's. Street Pizza. Alter, sorry. Auf geht's. Wir haben noch einmal den Ball. Ja, ganz schön. Perfekt! Got it. Go, baby, go! Ja, sweet. Ha, outplay den Bruder. Ja, moin! Danke, der Pass war echt legend, ja. Also, Leute, das ist die letzte Runde in Rocketfish im heutigen Stream. Ich hoffe, bis hier hat der Part euch schon gefallen, der Stream. Wenn ihr das auf YouTube seht und das bis hierher angeschaut habt, dann seid ihr echt große Fans von meinem Kanal. Und ich bin auch herzlich dankbar dafür. Und wir werden morgen mit Mario das hier weitermachen. Also im Stream. Bleibt aktiv. Ich habe euch alle gern. Oh mein Gott, jetzt geht's ab. Noch nicht. What a save! Ja, save! Guck mal, der drückt direkt aufgeben. Bro, der steht 1, 1. Also auf 3 Minuten Zeit. Komm, bitte! Bitte bitte dich auf. Bitte sei zu einem Depp. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Willst du mich komplett verarschen oder was? Geil! Oh mein Gott! Geil! Alter! Ich hab den echt geschlagen. Ich... Ich bin gegen Gewalt. Aber bei sowas... Ne, ich bin immer auch gegen Gewalt. Ich würd den nicht schlagen wegen sowas. Komm! Mach ihn! Mach deinen Fehler gut! Kann er nicht. Ja, sorry. Das wollte ich nicht. Ja, sorry. Digga! Dappel, jump! Und hochfliegen! Guck! So machst du's! Alter! Regt der mich auf! Der ist im Tor wie ein Baum! Der will halt aufgehen! Deshalb spielt der nicht! Nimm deinen Boost weg! Hast du gar nicht verdient! Alter! Wofür brauchst du Boost, wenn du wie im Bauch im Tor stehst? Alter! Guck! So musst du kämpfen! Sonst hätte er den reingemacht! Alter! Eiiiie Hey.. Ey! 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 Das ist meine letzte Runde. Ich muss halt gut verteidigen und im rechten Moment angreifen. Jetzt zum Beispiel. Jetzt kommt der Schuss, doch nicht. Im rechten Moment angreifen, habe ich gesagt. Perfekt, habt ihr gesehen? Alter, er hat verkackt, ich habe verkackt. Ja, so darf ich spielen, Alter. Ja, komm. Faller. Ja, safe kommt der noch ran. Ja, mach ihn. Geh, Ren, Bruder. Wir können das noch holen. Ich sage es euch. Wenn wir gut spielen, zwei krasse Spieler sind besser als drei gute. Das wäre die geilste letzte Runde, wenn wir das jetzt gewinnen. Perfekt, geh ab. Er kommt. Ja, moin. Ja, safe. Er weiß einfach, wohin der Ball geht, weißt du? Er hat das Ball-Movement auswendig. Ja, safe. Unverdient. Ich musste in die Höhe schießen. Perfekt. Ja, war klar, der wusste, dass ich den Ball mache. Perfekt. Ja, was sollen wir machen zu zweit? Man kann es gewinnen, ja, aber dafür musst du alles gut treffen. Ich dachte, das Auto sieht aus wie Truino, Digga. Liga runter, was kann ich dafür, meine Fresse? Und so muss ich den Stream jetzt beenden, oder was? Nein, starte keine Runde. Oh mein Gott. Okay, bevor wir beenden, gehen wir zum Titelmenü. Auf jeden Fall beende ich hier den Stream. Danke für alle Leute, die dabei waren. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, euer Alters Gamefuechern20. Bis dann.